Die US-Luftwaffe gab zu, dass der Test des AGM-183A Anfang März kein Erfolg war. Ein Test der US-Erforze mit einer Hyperschallwaffe ist fehlgeschlagen. Das gab nun Erforze-Chef Frank Kendall gegenüber Abgeordneten des Repräsentantenhauses zu. Der Test vom 13. März sei kein Erfolg gewesen. Die Hyperschallwaffe AGM-183A von Lockheed Martin wurde mit dem 70 Jahre alten Langstreckenbomber B-52H Stratofortress von Boeing getestet. Die Waffen erreichen Mach 5 und sind damit nur schwer zu verfolgen und abzuschießen. Sie starteten von der Edwards-Erforze-Base-Kalif an der kalifornischen Küste. Welche Probleme beim Test genau aufkamen, teilte Kendall nicht mit. In einem Bericht hieß es, man habe mehrere Ziele erreicht. Das Wort erfolgreich wurde im Bericht aber nicht genannt. Man habe allerdings nicht die notwendigen Daten sammeln können. Derzeit untersuche ein Team, was genau passiert sei. Im Gegensatz dazu sei ein Test vom 9. Dezember 2022 sehr erfolgreich und ein großer Schritt nach vorn gewesen. Zwei weitere Prototypen stehen der Erforze für Tests zur Verfügung. Wir müssen wahrscheinlich eine Entscheidung über das Schicksal der ARRW treffen, wenn die Analyse abgeschlossen ist, so Kendall. Man hoffe, die beiden Folgetests noch durchführen zu können. Das ARRW-Programm, Erlaunchetrapid Response Verporn, steht damit auf wackeligen Füßen, berichtet Defensen News. Das Interesse am HACM-Programm, Hypersonic Attack Cruise Missile, sei größer, mehr dazu hier. Das Thema kam während der Budgetanhörung zum Fiskaljahr 2024 zu sprechen. Das ARRW-Programm erhielt zuvor 115 Millionen Dollar an Zuschüssen, das HACM-Programm hingegen 423 Millionen Dollar. China und Russland haben bereits große Summen in die Entwicklung der Raketen gesteckt. Einige Abgeordnete beobachten das laut Defensen News mit großer Sorge, da die USA nicht genug Ressourcen für eigene Hyperschallwaffen aufbauen.